Dieses Fahrzeug kann unter fast allen Bedingungen fahren. Die Kreuzung aus Geländefahrzeug, Panzer, Raddampfer und Sardinenbüchse kann Personen und Ausrüstung in besonders unwegsamem Gelände transportieren. Dank seiner riesigen Räder. Sie sind 1,60 Meter hoch und können Hindernisse von bis zu einem Meter spielend überwinden. Und das ganz einfach über den Reifendruck. Er passt sich an die unterschiedlichen Bodenverhältnisse über die Regulierung des Reifendrucks an. Dabei werden Abgase an die Reifen gepumpt. Bei schwierigen Hindernissen kann die Luft wieder abgelassen werden.